Die Geschwindelhörter 4 von 4 Schilder Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der Hirsch gegenüber, der knurrt immer wieder, aber ich glaube nicht, dass er jetzt noch einmal rauskommt. Also das Tier bewegt sich, er ist immer ein Tier da rein, also sogar mit zwei neuen Zeit heute Sonntag. Ich glaube ich auch, wenn der Hirsch mal ein Stand steht und rührt und er nicht sieht, im Änderungen, das ist der Hinz mir kalt über den Rücken, wenn der Hirsch rührt. Und der eine Hirsch, der ausgezogen ist und dem Tier hergezogen ist, der weiß drei Hirsch definitiv nicht zu schießen. Und der große Spießer, sowieso nicht. Apropos, den habe ich im Frühjahr schon gesehen, mit einem Knopfspießer. Und jetzt ist er wieder da aufgetaucht in der Pauft, wo die vier Majorluftlinie 500 Meter, von dort wo ich ihn gesehen habe. und das schöner Morgen ganz jetzt, glaube ich. So, da liebe Leute, heute gehen wir uns jetzt wie heute in der Früh, die Hirsche sind ja rundherum eingezogen, also die sollten eigentlich im Bestand liegen. So, da liebe Leute, heute gehen wir, 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 heute gehen wir. 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 Heute JOHN. Heute gehen wir. ALT Empire. Denise unbrew. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020